Die Münchner Löwen Weiß-blauen Trikots mit einem guten Start Keine 30 Sekunden gespielt Manni Starke prüft als allererster den Gästekeeper René Vollert Die Achinger, sie hatten Respekt Fanden aber dann nach gut 20 Minuten in die Partie Und wie, und wie, und wie Meier auf Fitsch und Tor 21 Minuten gespielt Matthias Fitsch, der seit 6 Spielen auf einen Treffer warten musste Aber was für eine Vorarbeit ist das denn, bitteschön, von Sebastian Meier Der selber 9 Jahre für die Löwen spielte 24 Mal 2. Fußball-Bundesliga Der weiß einfach, da vorne lauert immer ein Hopsch oder ein Fitsch Und das heißt auch für Jakobacci Weiter Ansagen machen, sein Team nach vorne peitschen In der Liga lief es zuletzt ja richtig gut 3 zu 2 gegen Saarbrücken gewonnen Starke, immer wieder offensiv aktiv 37 Minuten gespielt Die nächste Chance für 60 München Kurz vor der Halbzeitpause wurde es nochmal richtig knifflig Haching versuchte es oft spielerisch zu lösen Ging ein hohes Risiko Und da ist Maurice Schröter mit der dicksten Chance hier im Dreierpack Jeder durfte mal, gerade Schröter, der ja im letzten Spiel einen Doppelpack schnürte Kann nicht von diesem Fehler hier von Vollert profitieren Starke hat noch einen guten Überblick Und Schröter scheitert dann an Josef Wilsmüller, dem Kapitän der Hachinger Für die Haching-Fans hieß es zur Halbzeit hüpfen und feiern Und den Löwen bleibt aktuell nur der Kultfaktor Im zweiten Durchgang dann weiterhin weiß-blaue Offensiv-Power 50. Spielminute, Maurice Schröter Der Doppelpacker vom Zerbrückenspiel mit der nächsten guten Möglichkeit Die Ahringer setzten nur noch selten Nadelstiche Und begnügten sich mit dem Verteidigen Manchmal wurde es aber auch noch kurios offensiv Da ist Aaron Keller und der findet über Umwege Quattwo Der mal alle zum Staunen bringt Auch seine neue, in Anführungszeichen Nummer 1, David Richter Der auch heute wieder den Vorzug vor Marco Hiller erhielt Gute Stunde gespielt, dann wurde es nochmal richtig kurios in diesem Derby Der Elfmeterpfiff Weidner im Zweikampf mit Schröter Für den jungen Timo Ganslowweit Reicht das hier zum Strafstoß? Alle waren irritiert, selbst Schröter wollte weiterspielen Und nimmt diesen Elfmeterpfiff schmeichelhaft an Es gab Kontakt aber von beiden Seiten Das viel Glück für den TSV Und Schröter geht auch ran an den Elfer Aber er scheitert am starken René Vollard Und für Schröter entwickelt sich das Ganze zu einem Heimfluch Alle vier Tore auswärts gemacht Auch dieser Riesenschoss lässt er liegen Und Vollard, der hat nicht umsonst schon siebenmal zu Null gespielt in dieser Saison Die Löwen probierten jetzt wirklich alles Und feuerten aus allen Lagen Es war aber das Spiel hier in dieser Situation unterbrochen Und das ist folgenschwer Aussicht von Michael Glück Der sich gelb vorbestraft zu dieser Geschichte hier hinreißen lässt Weil er nicht weiterspielen durfte Und das hieß gelb-rot für ihn Harte Entscheidung von Timo Ganslowweit Die Löwen dann in Unterzahl Weiter mit allem was ging Markus Schwabel rettet vor Quattwo Er hat auch eine ganz kurze Löwen-Vergangenheit Der Außenverteidiger der Hachinger Und das Schneetreiben entwickelte sich zu einem Sturm Kurz vor Schluss hatten die Hachinger nochmal die Möglichkeit In Überzahl Fetsch in der 89. hätte hier alles klar machen können Aber auch sein eines Tor reichte für die Spielvereinigung Endlich der erste Sieg in Liga 3 gegen den TSV Im siebten Anlauf Mark Unterberger kann es gar nicht glauben Die Hachinger für sie war es das Spiel der Saison Und sie haben es wunderbar gemacht Bei den Löwen bleibt Frust und Durchhalte brauchen Diesen Brand zu löschen schaffen Einfach indem man einfach ganz normal Also was heißt ganz normal weiter arbeiten Aber man muss weiter arbeiten Und da werden wir gemeinsam als Mannschaft Wieder die Köpfe zusammenstecken Und gestärkt aus dieser Situation kommen Aber in dieser Situation wo es halt nicht läuft Da muss man einfach weiter arbeiten Weil ansonsten kommt man da nicht raus Da bringt nichts zu meckern Bringt es jetzt nicht auf Finger zu zeigen Der hat schlecht gemacht Der hat schlecht gemacht Der hat schlecht gemacht Und dann müssen wir da gestärkt rauskommen Und das heißt Einmal dick in Watte packen für die Löwen Kopf hoch Nächste Woche geht es weiter Aber der S-Bahn-Derby-Pleitengang Der hat heute richtig weh getan Alle Spiele live Nur bei Magenta Sport